Hallo liebe Chemieinteressierte, schön, dass ihr mich weiter begleitet auf meiner Reise durch das Periodensystem der Elemente. Wir sind heute bereits bei der Folge 7 angelangt. Ich habe hier noch einmal kurz dargestellt, was wir in der letzten Folge benutzt haben, nämlich den oberen Teil des Periodensystems der Elemente mit den entsprechenden Hauptgruppenelementen. Heute wollen wir uns über die Oxyde dieser Elemente unterhalten. Erinnert euch, was sind Oxyde? Oxyde sind Verbindungen eines chemischen Elements mit Sauerstoff. Für unsere Untersuchungen wollen wir die dritte Periode des Periodensystems der Elemente, das ist die dritte Zeile 1. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com. Die Zensuren ma baht zu retten aus! Das e capable, was du viel über die Lage nicht neu, meinen nueva eigentlichen Moment nicht.